Hallo, willkommen zu einer branden Folge von Mindshow of Wolf, hier heute mal wieder mit Donald Duck, auch bekannt als Julian. Mit der Ronja als Minimaus, mit mir als Mickey Mouse und mit dem Goofy als Toast. Ja, du meinst, der Goofy. Nice. Wie speichert ich, Mindshow of Wolf auf einer neuen Map ist eine Wikinger-Map. Das ist auch die letzte neue Map, die in Wolf dazu kommt, bevor Wolf 2 kommt, in dem Sinn. Weil Wolf 2 schon abend, aber ja, genau, das ist letztlich ja. Schaf! Ich bin ein VW-Golf. Nee, bin ich nicht. Ich bin schaf. Ich bin Donnerstag. Wir haben jetzt hier nach Ewigkeiten wieder mal einen Wolf-Modus. Und nicht den Thanos-Modus. Hörst du auf! Ey, ich bin gleich tot. Du bist gleich tot. Ich bin gleich tot. Wie gesagt, Wolf 2 ist bei der Arbeit und ich will noch nicht ganz, wann es kommt. Wahrscheinlich auch noch dieses Jahr. Also so viel wissen wir schon mal. Aber die haben wir hier eine Wikinger-Map. Oh, der erste tot. Wer war das? Wer war das? Ich glaube, es war Julian. Sorry, Toast. Ich dachte, das war Julian. Ich dachte, Toast regeneriert. Ja, sag dir, sorry, Toast. Oh, oh. Jui, also wir wünschen schon mal Top. Ich bin schon mal kein böser Wolf hier. Also von daher... Gehen Sie craften. Ist das Julian oder Tonja? Ja, ich würde auch sagen. Es könnte gut sein, oder? Ich habe zwei Erste. Es könnte sein, dass du bist. Aber wenn du das sagst. Ah! Oder ist das Schiffssteuer? Aber wir müssen noch Slash Weather Clear machen. Oh mein Gott. Oh, Weather. Okay. Oh, der Weather. Oh mein Gott. Nein! Kann man hier hoch? Oh, ich bin ein Eisenschuss. Ich habe hier gefüllt. Über Schleimbeet. Ach, Schleimbeet. 1 senteil Illustrationen. Hä, wollen wir hier bist du hergekommen? Oh nein! Vergesucht! Drück es, drück es, drück es. Drück es! Oh, oh! Dann zurück! Nein! Ich kann nicht! NEIN, was passiert hier? Au! Hebbes, 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 hebbes! Oh mein Gott. bumm ich es nicht hier im Kopf! Isleimbeet. Der kriegt mich definitiv nicht. Wenn ich sterbe, was gu»,? Oh, oh. Nein, 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 nein. Kann man das eröffnen? Ich konnte es nicht öffnen? Ich bin hier reingekommen. Häh, bist du nicht zurückgegangen? aber warum kann man einfach einlaufen lang laufen wir beim friedhof bei dem gang hier am rand ich habe nur ich habe nichts ich habe nur 25 ich habe alles ich habe die schwert seit ihr wollen wir gemeinsam tobias wieder belieben hier unter der zweite krieg du musst so richtig komisch ich bin hier einfach ich bin im kanal hier ich habe drei pölz drei müssen zu zweit gehen okay ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin ich bin es geht es ist floh ich bin es ich auch nicht ich habe jetzt denken sie kauft jetzt aber wir als suche als wenn er lügt was er mal lügt ich lüge nicht ich kann so lüge es gibt auch kein verwirrer mehr weil wir ja kein thalus modus spielen verwirrer stimmt was verwirre ich nicht seit dieser gemacht hat dass man nicht unbedingt dem wolfsdorf vertrauen kann echt ich wusste nicht dass es gibt ja echt okay ich habe sie gesehen muss ich durchaus anmerken okay was hier sind viele einfach kisten was hier steht hier müssen auch einfach so rein und schützt ob stinkt und ich habe gehört auf shop.com gibt saftige t-shirts ich habe jetzt wirklich gerade ich habe jetzt wirklich gerade wieso lebt ob sie wie so lebt doch so lebt doch so lebt so lebt so lebt so lebt so lebt so lebt so die kommentare alle reinschreiben und ob es will nämlich nicht dass man die schilder sieht ja aber ich glaube da könnt ihr sie gegen die schilder woanders du bist du darfst du bist tot du darfst du erst mal nicht reden wenn du tot bist aber ihr müsst wissen tubs freut sich immer wenn ihr diese schilder sieht oder kommentare mit hashtag top stinkt oder so weiter oder mit hashtag bunt stifter das schreibe topst auf die drehen du bist tot topst topst das ist gegen die topst ist fail roleplay wie auch immer wolf ist ein bisschen respekt vor dem mapper power die so viel mühe gibt hier für die regeln dass man sich nicht reden darf und dann ist mickey maus ich bin mickey maus auch macht mickey maus irgendwie komisch geräusch ich werde dann sagt man glaube ich so oder der der wolfe schreibt ich habe 50 rubis aber ja wenigstens stinke ich mich also schlechter mensch kann man noch gut riechen warum ist ja alles genug dort ja ja okay alles klar ich kaufe jetzt hier eine rüste okay eine aragon wer von euch sagt wolf ist schreibt mich an ich habe 50 rubies ich bin nicht der wolf aber ich habe auch 50 gold warte mal warte mal juli macht eine fangfrage wer immer wollte schreibt ihn an aber er selber der wolf ha 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 ich werde du schraubst jetzt selber an hallo noch eine minute ok topz ist nicht der wolf das heißt es ist julian ok 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 topz wir nehmen das schwert ja wir enttöten und wir gehen julian tücken jetzt durch ihn um zu zerstören wo ist er 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 P90 es müsste wirklich eine P90 geben ich glaube in Wolfszeichen ich glaube es gibt sie gerne ihr könnt mich nicht killen unmöglich wir sind bei diesem turm mit dem lila-weißen ring drum oh oh wie komme ich hier raus flog glücklich an ja topz ist es auch es ist wo sorry sorry ich habe noch 30 Sekunden wo ist julian ich habe 3 Slipets unmöglich wie zu killen ja wo bist du was ich habe dir 3 Slipets genommen ich habe dir 3 genommen ok ich habe aber 4 ich habe aber 4 es ist echt schwer hier wollen wir uns nicht lange Zeit lässt ich bin Wolf ja vor allem gel wie geht das hat mich irgendwo eine Regel dass man nur 1 haben kann ich habe ich oh also ich meine ja gut ich meine ah ronni ist ronni ich jetzt aber ok man muss jetzt mal das Glück haben dass man dass man überhaupt sie kriegt oder hör mich Leute wenn ich gerade in meine facecam schaue ich habe hier gerade das Leute glitzert seht ihr bei den Augen wie das so glitzert hier wenn ich das so ein bisschen halt hier oh mei kannst du es vielleicht mehr an die Kamera halten ronni du musst die Augen aufmachen oh Flo siehst du das gerade da ist so ein Pavian vor der Kamera ach das bist du ja ich bin Tobias ich esse mit meiner Nase ja und Tops hat gar keine Nase eigentlich eigentlich müsstest du im Zoo sein ok eigentlich müsste so ein wildes Tier sein ja ja eigentlich müsste ich im Zoo sein um auf dich auszupassen Tops hat zwei Leute seht ihr das guck mal Tops Tops hat zwei Bauchnabel man darf nicht die Tops Stinkschild aufbauen deswegen Leute Tops ist mein Gefallen ja wenn ich mich dann wehre dann werde ich gleich getötet ich habe Tops zu Renau gekillt ich sag nicht doch es ist nicht so ist Tops 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 hat die Schilder abgebaut weil er weiß dass ihr au ja ja Tops ist gerade bei mir ähm Tops hat die Schilder abgebaut weil er weiß dass ihr so eine gute Community seid und ihr müsst eh noch mal in die Kommentare schreibt wenn ihr das in die Kommentare schreibt dann brech ich floh die Daumenbein nix mehr wenn ich ihn drehe ey ok ok leute ok wir schreiben es nicht in die Kommentare wir schreiben es nicht nur in die YouTube Kommentare sondern Tops in Instagram und Twitter Kommentare nein alle vor allem Instagram Instagram direkt nach rechten genau Instagram direkt nach rechten kriegt man immer gern ja Tops kriegt nämlich immer die Benachrichtigung also ihr müsst da ein bisschen ausrasten das nein ihr müsst doch nein ihr müsst doch nein ihr müsst euch immer wenn Tops tweetet ich muss ja Hashtag Liebe für Tops weißt du weil weil mich sonst keiner Hashtag Liebe für Tops ich bin Tops ich kann ja ist halt so ihr seid schlechte Menschen hat mich nicht wirklich mal Liebe für Tops ja weil wir uns irgendwann schlecht gefühlt haben weil wir die ganze Zeit ja ihr habt euch nicht schlecht gefühlt das waren die Zuschauer die haben gesagt ja das stimmt überhaupt nicht doch ihr seid nicht schlechte Menschen ok ok Tops wir können auch nichts dafür dass du stinkst ja es ist sogar für uns schlimmer als für dich weil dir wird es gerne so gerne wieder gestaltet ich was für ein Ausmaß Hallo ich bin davor ist einzutippen Tops ok da muss ich wenigstens die Regeln halten ok sonst müssen wir ich finde es schon ein bisschen enttäuschend sonst kriegst du eine Auszeit in der genau Tobias ich kann mich nicht benehmen in der Ecke ok hat wer Holz ich werde Tops ich werde Tops Tops oder Ronja ich glaube es ist irgendwie Ronja weil Ronja gerade irgendwie so ok das glaube ich äh ist Tops oder ich glaube ich das wir spielen ja Wolf also die Regeln sind echt dass man hier Ding sich gegenseitig hier belügt ich bin's nicht aha aha ok ich glaube aber jetzt ist Tops Tops sehr ruhig die Runde sehr sehr ruhig Halt die Klappe Julian lootet mir alles weg übrigens Leute falls ich nicht falls ich schon vergessen ich fiel dich jetzt Tobias vielleicht hab ein paar von ich schon Demenz oder so ich meine man weiß ja nicht Leute ähm Spanaklotskram Karten es sind schon fast äh ein Drittel weg der ganzen 4.044 Stück hier also Eicher hat ja geplant ich hab's bis 31. Mai im Shop bei jeder großen RONNE KIPH MICH 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 war richtig halt schlechter Schrei das weißt du schon ne Jürn also es war richtig oh oh wer war das richtig schlecht gefakt ich hab ne eine energy Tops ja was das einzige in meinem Leben will ich dir jetzt vertrauen ok Tops wollen wir teamen willst du auch einmal auf der coolen Seite sein ich bin immer auf der coolen Seite Tops vom Team an ich kann dir sogar Sachen geben ok und dann weiß ich dass ich kein schlechter Mensch bin ok Team mit dir du bist aber trotzdem ein schlechter Mensch Tops ich hab kein Heimgang hä aber der packt Tops komm mal ich sag den Heimgang wenn du willst was packt ihr denn für Essen Tops 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 ich weiß nicht wer von den beiden lebt aber kommen wir zum Spawn ich bin beim Spawn echt jetzt ich bin beim Tester Tops hier bin ich hier bin ich hier bin ich hier bin ich hä wo denn hier da hä hä jetzt komm mit komm mit komm mit komm mit hätte ich gar nicht gesehen das ist sowieso die beste Beschreibung online hier bin ich hier bin ich ich weiß nicht wo du bist was drückt ja also das ist so ähm kann man damit was machen oh mein Gott ich hab ein Dierschwert Äh warte hier wenn du brauchst Tops ich hab schon ich hab einen fehlt die Handschuhe oh mein Gott was ist da für loot nein ich hab ne argon rüstung nein ich hab kein chat brauche ich kein chat mehr warte mal komm jetzt mit ok ich bin kein schlechter mensch ich kann auch teamen ja wo ist denn der shop reset wo ist denn der shop reset oh oh wo ist der reset vom shop retto es gibt keinen shop reset da ist julian ok ich hab 26 gold fast es regnet war clear ich hab nein ich brauch den shop reset ganz dringend ok ich brauch ihn ich hab nichts kaufen ok du schaffst das ok ja vertraue auf die macht aus dem inneren und kraft aus dem inneren hast du shop reset gefunden ich hab ein video belebt kaufen können geil oh oh äh was graue ich mir äh 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 es gibt kein shop reset schummel wenn du das siehst ja ich bin grad böse wo bist du flo 1 gegen 1 spawn nein ich hab keine items ich hab keine items julian äh äh ich gibt dir items komm mal ah wo nein wie viel damage machst du ich hab nicht sowas ich hab nicht sowas ich hab nicht sowas ich hab nicht sowas jetzt hab ich einen shop warum hatte ich grad eben keinen shop gell weird das ist so übelst random übrigens meine map ist grad nicht ey ich bin angegriffen ähm was ist wer kraft an julian hat mich angegriffen ja mach ich ok ich würde dirk schon eine anzeige raushauen also ich mein so ist ja nicht ja ich mein jungen das kann man nicht machen das ist ja ich richtig gemein ich weiß es nicht was am anfang darunter der mich ich bin jungen schlägt mädchen also top ja top ist ab sofort mädchen doch ist ja schon länger so oder ach so gut ja hab ich schon immer so ja jetzt mir gefällt das einfach langsam gar nicht mehr vielleicht solltet ihr euch einfach nicht was ihr müsst euch einfach einen neuen suchen den ihr ärgern könnt aber tubs du bist gemein ronja ich bin gemein ja du bist böse ähm weißt du mit mir mit mir mit mir sollte sich übrigens keine anlegen tubs ist wolf hier ist mini maus warte kannst du geheimnis für dich bewahren ja okay okay ich bin nicht der wolf aber ich habe ein secret gefunden kann der lapis lazuli what ja okay also ich sag mal so ähm erinnert ihr euch noch dass es manchmal so kist gibt also wenn du nicht ein darfst ich habe enderpellen ich kann sofort die map crashen okay gib mir einen enderpelle ich glaube es gibt noch warte mal es crash glaube ich gar nicht ich habe es crash doch hier gar nicht ähm was ich sagen wollte übrigens ronja wenn du willst kannst du das hier haben als dings was seid ihr tubs wir machen ins team okay ich glaube ich will warte Tobias machen wir machen wir machen wir machen wir machen ins team jürgen du bist so leise ne ne du musst machen er machen team okay wir machen team ey was ich sagen wollte ey warum macht ihr team einer von euch ist es wir machen trotzdem team wir sind es beide ich bin es auch nicht ähm was ich gerade sagen wollte ich habe ein secret gefunden weil erinnert ihr euch noch äh es spawnen manchmal ich habe es nämlich am anfang von wolf gesagt manchmal spawnen so ähm rangers ich glaube es ist so ähnlich wie llamas den vorteil oder so ich spawnen manchmal ich glaube so einmal in vier games hat man quasi eine kiste in der map okay und die kiste also ultra items das ist so eine super trade mehr oder weniger und ich dachte die gibt es auf der schule aber anscheinend ja auch hier aber hier ist getan weil die sind da an manchem bereich in irgendeine kisten aber warte mal ich schaue es alle kisten durch ja mach hab ich auch gerade vorhin gemacht und ich dachte ich habe es nur so gemacht weil vielleicht und da hast du den schwert her äh ronne du meinst natürlich äh 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 meine melona äh genau illuminati pet wollte ich sagen meine illuminati pet richtig bisher ist nichts äh bei topst nacht immer topst denkt immer ähm dass ich äh wolf bin wenn ich sowas habe aber das stimmt gar nicht hier zieht ihr hier mal den beweis in der runde bei topst hatte ich mal auch das schwert hier ja oder das ding hier und topst hat gesagt wolf hat aber das gibt es nicht bei dem wolf shop das kann topst beschädigen weil er hat gerade den wolf shop hä topst du liest jetzt bei dem wolf beim schaf das vor das ist das schafer topst liest mal beim schaf vor okay jetzt go sagen wir was steht beim schaf ja beim schaf steht du bist ein schaf oh topst da hast du gescrollt da topst gescrollt da topst gescrollt da hat er gescrollt nein so was von so was von gescrollt topst das hat so lange gedauert jetzt mal oh ich hab ein slimepad jetzt mal wirklich ich glaube es ist topst ja ja genau es ist topst topst war richtig komisch ruhig und so richtig verlegen irgendwie ja es ist topst es ist topst es ist topst ich bin topst und gerade ein grinser auf dem gesicht topst klang gar nicht was es war doch nicht topst es war doch nicht topst wieso stirbst du nicht ich hab einen slimepad tja topst also ich würde mal sagen das war natürlich sehr ungünstig für dich aber an der Stelle wie ich will sagen leute habe ich Bock auf noch eine runde mit der map sonntags topstour gibt es noch eine weitere folge wolf auch auf diesen neuen map hier schon vorbei abonniert mich schon vorbei nehmen sie es mal an karte topst stinkt tschau 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 tschau